WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Guten Weg! Oh, Mika! Guter Sieg! Es ist nur Schei heute gewesen. Für uns war es ein wichtiges Spiel heute. Wir haben jetzt noch zwei wichtige Spiele zu Hause. Eins zu Hause, eins auswärts. Und wenn wir die beiden gewinnen, dann ist alles wieder offen. Wir sind wieder da an den Player auf seinem Platz, müssen mal gucken, was die anderen machen, und dann geht's ja alles richtig los. Ich kann das besser. Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben. Wir hatten eine gute Woche, wir hatten eine gute Woche, wir hatten eine gute Woche, und alle sind in tune mit der Gameplan und der Gameplan. Ich bin glücklich, dass wir ein guter Roll-Win haben. So wir müssen uns weitergehen, bis wir nächsten Woche werden können. Ich sage genau das selber, wir haben echt hart trainiert die Woche. Das Gießen-Spiel war echt schwierig für uns. Und ja, jetzt müssen wir rauskommen zu Hause gegen Essen, und dann schauen wir mal. Ich sage ja, jetzt wäre es ganz wichtig. Wir sind gefeiert. Ich gehe auf. Wir sind einig. Und dann mit den K compenser, ich gehe auf. Das ist mein Pool, Daher-Hier-Hier. Ich sage ihn, Wir sind zu Hause! Wir sind einig. Wir sind einig. Wir sind einig. Wir sind einig.